Bevor wir mit dieser Ausgabe hier starten, will ich einmal Danke sagen für all die Mails und Reaktionen in den sozialen Netzwerken, vor allem auch auf LinkedIn muss man sagen, auf die letzte Episode mit Gabriele Fischer und Jens Bergmann. Denn wer diese besondere Folge zu 25 Jahren Brand 1 mit den beiden noch nicht gehört haben sollte, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Jetzt aber zurück zum Thema. Natürlich bleiben wir bei ganz besonderen Geschichten und ungewöhnlichen Ansätzen, denn auch dafür steht ja die Brand 1 seit 25 Jahren. Geschichten von Menschen zu erzählen, die etwas anpacken und zeigen, dass es geht. Genau solch eine Geschichte ist die, über die wir heute sprechen. Es geht dabei um Dessau, das Silicon Valley und Lkw-Parkplätze. Ich bin Christian Bollard und dann legen wir mal los. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Ein möglicher Anfang unserer Geschichte ist vermutlich jedem und jeder von uns schon mal auf der Autobahn aufgefallen, denn spätestens am Nachmittag sind da alle Lkw-Parkplätze in Deutschland voll. Für die schätzungsweise 250 Millionen Lkw-Fahrten gibt es einfach keine ausreichende Infrastruktur. Gerade nicht für die Nacht. Manche sprechen von bis zu 40.000 oder mehr Lkw-Parkplätzen, die fehlen. Denn die Fahrerinnen und Fahrer, die müssen natürlich auch Pause machen. Und hier kommt Park Your Truck ins Spiel. Die Idee zu einer Parkplatz-App ist Denise Schuster gemeinsam mit anderen Studierenden bei einem Ausflug ins Silicon Valley gekommen. Sie ist es dann aber gewesen, die aus dem Studierendenprojekt erst eine GmbH und dann später eine Schlafplatz-App für Lkw-Fahrer gemacht hat. Park Your Truck befreit sie von der stressigen Parkplatzsuche. Mittlerweile schreibt das Unternehmen aus Dessau einen zweistelligen Millionenumsatz und ist seit mehr als drei Jahren profitabel. Und ich freue mich sehr, dass wir Denise Schuster heute für diese Aufzeichnung einen unserer Parkplätze beim Podcast Radio Detektor FM anbieten konnten. Und ich begrüße Sie persönlich hier im Brand 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Denise. Hallo, schön, hier zu sein. Du selbst hast vor der Gründung von Park Your Truck überhaupt keine Erfahrung in der Logistikbranche gehabt oder im Speditionsgeschäft. Der Geschäftsführer des Club of Logistics, das ist so ein europäischer Think Tank der Branche, der wird in der Brand 1 damit zitiert, dass es wahrscheinlich diesen Außenblick gebraucht hat, um auf deine Geschäftsidee zu kommen oder eure Geschäftsidee. Würdest du das auch so sehen, diesen Blick von außen? Definitiv würde ich das so sehen. Ich hatte überhaupt keine Barrieren und Grenzen im Kopf und habe einfach pragmatisch überlegt, wie schaffe ich denn mehr Fläche, wo es keine Fläche gibt? Und was gibt es denn schon für versiegelte Fläche am Markt, die jetzt ungenutzt ist und die man einfach für Lkw-Parkplätze hernehmen kann? Und ich wollte eben keinen Verdrängungswettbewerb machen und ich wollte nicht auf die bestehenden Autohöfe gehen, um zu sagen, und dort biete ich jetzt eine reservierbare Parkplatzmöglichkeit an, da schaffe ich keinen neuen Parkplatz. Und so ist das gekommen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was sind das für Flächen, die du da ansprichst? Also wenn es eben keine sind, die es schon gibt? Hauptsächlich sind es Flächen, die auf Firmengrundstücken existieren, aber nur teilweise genutzt sind oder einfach gar nicht genutzt werden. Da gibt es unheimlich viele versiegelte Flächen in Gewerbegebieten. Dann natürlich Messen, Stadien, Flughäfen, der Klassiker, auch die haben Saisongeschäft. Und Lkw-Werkstätten ist auch ein guter Fundus für Flächen. Also unterschiedlichste Klientel sozusagen, wo wir unsere Flächen finden. Aber ich würde sagen, wenn du es in Prozenten möchtest, 70 Prozent sind Firmengrundstücke. Und warum sollte ich jetzt, wenn ich so eine versiegelte Fläche hätte und vielleicht eine Firma sagen, ich vermiete das an euch? Oder ich stelle das zur Verfügung? Na, erstens liegt die Fläche jetzt brach und da verdiene ich natürlich kein Geld. Und in dem Moment, wo wir Lkw-Stellplätze dort anbieten, verdiene ich natürlich Geld. Auf der anderen Seite, warum sollen die mit uns zusammenarbeiten, ist natürlich auch ganz einfach. Die Firma, die die Parkplätze oder die Fläche hat, die verdient ihr Geld mit etwas anderem. Die haben natürlich keine Ahnung von der Parkplatzvermietung. Und da kommen wir ins Spiel und sagen, du brauchst dich um nichts kümmern, hab weiter deine Fläche und wir vermarkten die für dich. Und das heißt, ich kann aber damit auch Geld verdienen? Absolut. Was verdiene ich da so? Kannst du das sagen? Naja, es ist so, der Flächenbesitzer entscheidet selber, was er eben auf der Fläche zulässt. Nur Dauerparken, also feste Kunden, die monatlich was bezahlen, dann kriege ich da in der Regel am Markt zwischen 100 und 120 Euro pro Lkw im Monat. Oder ich sage, ich biete auch an Nachtparken. Dann habe ich jeden Tag wechselnde Kunden, die über unsere Buchungsplattform kommen und dann kann ich schon zwischen 8 und 13 Euro netto pro Nacht verdienen. Dann kann ich natürlich auch Vorstauen anbieten. Das bedeutet, ich habe einen gewissen Parkplatzanteil, den ich einfach tagsüber an Warteverkehre, die im Umkreis anliefern müssen, vergebe. Und da sind auch Pauschalen drin. Wir sind die einzigen in ganz Europa, die dieses Modell Warteparkplatz oder Pre-Gating, wie es im Neudeutsch heißt, anbieten. Und da gibt es dann Pauschalen. Wir sagen immer circa 1000 Euro pro Monat für zehn Fahrzeuge, die täglich da warten und nur teilweise paar Minuten oder ein, zwei Stunden stehen. Also verschiedene Geschäftsmodelle, die wir auf der Fläche umsetzen, bringen dem Flächenbesitzer natürlich auch verschiedene Einnahmemöglichkeiten. Und hinzu kommt jetzt natürlich noch das Laden. Und es ist auch so, dass ihr, ich sage mal, bei der Infrastruktur helft. Also zum Beispiel dann Toiletten und Duschen und sowas installiert oder wie muss ich mir das vorstellen? Normalerweise kann man sagen, die Flächen, die ich jetzt aufgezählt habe, die haben schon eine Infrastruktur. Also die Investition für den Flächenbesitzer ist quasi bei Null. Der gibt seine Infrastruktur her. Die Flächen an sich sind eigentlich auch schon gesichert. Da ist ein Zaun drumherum. Da ist irgendeine geartete Möglichkeit, wie man reinkommt über eine Schranke oder über ein Tor. Oder man muss sich irgendwo melden. Bei Messen muss man sich meistens irgendwo melden. Und diese Möglichkeiten kann unser Buchungssystem alle abdecken. Und damit ist die Investition auch in Toiletten oder so. Die sind ja vor Ort. Die sind manchmal ein bisschen fußläufig. Aber das ist vor Ort. Das ist alles überschaubar. Es gab jetzt das neue Förderprogramm STEP von der Bundesregierung, das leider im März ausgelaufen ist. Dafür konnten natürlich Flächenbesitzer, die noch eine grüne Wiese hatten, sich bewerben. Und daraus Lkw-Stellplätze machen, auch mit Infrastruktur. Das heißt, da haben wir neu geplant und natürlich auch alles neu investiert. Und wenn ich jetzt Spediteur oder Spediteurin oder vielleicht Lkw-Fahrer bin, warum sollte ich eure App nutzen? Na gut, der Stress, den der Fahrer jeden Tag hat, 30 Minuten lang einen Parkplatz zu suchen, das ist ja unerträglich. Und wo landet der dann? Wir haben also damals, als wir das EU-Förderprojekt gewonnen haben, die größte Primärforschung ever gemacht, um rauszufinden, wo sind die Schmerzpunkte? Und haben also 400 Lkw-Fahrer, 120 Spediteure und auch 60 Autohofbetreiber befragt. Und da kam raus, wie lange brauchen die für eine Parkplatzsuche? 30 Minuten, jeden Tag. Wie oft fahren die den Parkplatz an? Vier bis fünf verschiedene Versuche brauchen die, um den Parkplatz anzufahren. Das ist totaler Stress. Und dann natürlich kostet das alles jede Menge Sprit. Die Bremsen runter, zirkulieren auf dem Parkplatz, beschleunigen wieder. Außerdem stößt es 16 Kilogramm CO2 aus für diese 30 Minuten alleine. Und wo landet der Fahrer, wenn er keinen Parkplatz auf der Autobahn findet oder am Autohof im Gewerbegebiet? Was hat er da? Gar nichts. Keine Toilette, keine Dusche, nicht mal ein Mülleimer, gar nichts. Und das kann kein Leben sein. Das heißt also, ich investiere lieber 30 Sekunden während der Fahrt, um mir dann einen Parkplatz anzeigen zu lassen. Unsere App, die ist natürlich super intelligent, ist auch mit Navigationssystem, Lkw-Bereich verknüpft oder auch mit Telematiksystem. Das heißt, der Fahrer, der wird proaktiv darauf angesprochen, ob er jetzt mal einen Parkplatz suchen möchte. Hier hätten wir schon Vorschläge entlang seiner Route. Er muss nur sagen A oder B. Wie lange will ich da stehen? Bis morgen oder einen Tag oder zwei? Zack, bumm, gebucht, fertig. Also das ist total unkompliziert. Um diesen ganzen Stress zu vermeiden, also ganz ehrlich, würde ich immer auf die Hilfe von diesen Möglichkeiten zurückgreifen. Und es kostet dann so Pi mal Daumen 20 Euro? Genau, das kann man sagen. Ja, mhm. Entrepreneurship studiert hat. Dann braucht man eine coole Story. Ich sage mal, Lkw-Parken ist ja nicht besonders sexy. Aber das, was wir ja ursprünglich als Idee hatten, waren wir teilen Pkw-Parkplätze. Und jeder hat dann in München natürlich sofort die Problemviertel gewusst. Oder in Köln, wo ich herkam, wusste ich auch sofort, mein Gott, das ist wirklich ein Problem. Und das war natürlich eine Story, die mega eingeschlagen ist in 2012 und 2013, wo das Thema Share Economy richtig losging. Und jeder hat alles geteilt, von der Bohrmaschine bis zum Karnevalskostüm. Das Thema Carsharing ging los. Also das war ein Megatrend. Und in diesem Megatrend dann so eine Story zu entwickeln, das war natürlich cool. Und das war auch cool, um dann einen Geldgeber zu finden. Und natürlich cool für die Presse. Also insofern erstmal coole Idee. Und dann aber cool down nach einem Jahr. Und dann hat der Investor gesagt, naja, die Idee war ja wirklich irgendwie nett. Aber Geld verdienen tun wir da nicht. Und sind wir mal ehrlich, das wird auch nicht in jeder Stadt zum Problem. Und was passiert schlimmstenfalls, dann fahre ich halt noch eine Runde. Aber hast du mal an die ganzen Lkw-Fahrer gedacht? Und so kam das ins Rollen, habe ich gesagt, nö, habe ich nicht dran gedacht. Beschäftige ich mich mal mit. Wenn man jetzt, Stichwort beschäftigen, so auf die Branche schaut, auch von außen, insbesondere vielleicht auch auf das Thema Spedition, dann erscheint diese Branche ja immer noch sehr männerlastig. Daran ändern auch so ein paar Lkw-fahrende Frauen im Reality-Fernsehen relativ wenig. Ist das noch so, dass diese Branche so ein bisschen männerlastig ist und war? Hundertprozentig. Also ich bin häufig bei den ganzen Kongressen, bei den Logistikkongressen oder auch in den Clubs, wo ich bin, die einzige Frau. Und das nutze ich natürlich dann auch und ziehe mich besonders farbenfroh an, damit man mich dann auch erkennt. Aber das hat natürlich auch wirklich Einfluss auf die Glaubwürdigkeit, die man da erstmal hat und wie man sich durchsetzen muss. Weil die Geschäfte werden dort an der Bar getätigt und man stimmt sich dort ab und man trifft sich dann zwei-, dreimal im Jahr auf irgendeinem Kongress und macht irgendeinen Deal. So läuft das ja in jeder Branche. Aber hier ist natürlich noch das Spezielle, dass ich nicht an der Bar stehe und nicht nach dem 20. irgendwas unterschreibe, weil sich das für mich einfach nicht gehört. Und da muss ich dann natürlich andere Wege finden, wie ich auf der gleichen Veranstaltung auch meine Deals durchbringe. Das ist schon schwierig gewesen in der Vergangenheit, weil man mir ja immer unterstellt hat mit der netten kleinen Software-Idee, die ja ganz nett ist. Aber Mädel, wir erklären dir jetzt mal, wie der Markt funktioniert und wie der schon immer funktioniert hat. Und dann gucken wir mal, wie lange du noch hier bist. Naja, aber nach elf Jahren bin ich halt immer noch da. Und dann müssen sie auch jetzt mit mir reden. Und wie hast du dich da durchgesetzt? Also dann auf den Bühnen oder? Absolut. Also ich habe immer versucht, eine Bühne zu finden. Ich bin sehr provokant und spreche die Dinge an. Dann mache ich einfach. Ich mache einfach und ich rede nicht nur. Und das ist das, was ich jetzt inzwischen gespiegelt bekomme von den Kunden und den Lieferanten, dass sie mich irgendwo gesehen haben und gehört haben, wie ich einfach gesagt habe. Auch zum Beispiel letztes Jahr bei der Ladesäurenkonferenz von der NOW GmbH in Berlin. Da saß ich neben Aral auf der Bühne und habe zum Thema Ladesäuren für Lkw referiert. Und dann hat die Moderatorin gesagt, ja, wie sieht denn so ihr Fahrplan aus? Und dann habe ich gesagt, wir machen einfach mal. Wir investieren jetzt eigenes Geld, 15 Millionen, gehen in diesen Markt. Und das wird kommen, auch wenn der E-Truck nicht das einzige Substitut zum Diesel-Lkw ist. Und wir auch glauben, dass da ganz viele Antriebsformen vorherrschen werden. Wird das trotzdem kommen? Und es ist ja auch schon da. Deshalb machen wir einfach. Es gibt einen Markt. Und wir gehen jetzt rein, weil ohne Infrastruktur keine E-Trucks. Und der Aral-Mensch hat neben mir gesagt, na, wir machen nichts ohne Fördergeld. Und das waren so Dimensionen zwischen uns, die so 15 Millionen Euro Umsatz machen und dem Aral-Menschen, der, keine Ahnung, ein paar Milliarden macht oder so. Und das konnte sich jeder merken. Und am Ende kommen natürlich unsere Kunden auf mich zu und sagen, Frau Schuster, wir brauchen dort eine Lademöglichkeit, weil wir unsere Lieferanten elektrifizieren wollen. Können Sie mir bitte eine Fläche organisieren und würden Sie dort Lademöglichkeiten aufbauen? Und ich sage selbstverständlich, bis wann brauchst du es denn? Und dann liefere ich das ab bis zu dem Zeitpunkt. Und darauf können die sich verlassen. Und dann wird die Kette erst fortgesetzt. Dann fangen die an mit den Ausschreibungen und so weiter. Und das ist eben das, was aktuell der Markt nicht versprochen hat. Das ist super, super spannend. Also du hast es ja gerade angesprochen, 15 Millionen wollt ihr da investieren. Das heißt, ihr geht langfristig schon davon aus, dass ihr, ich sage es mal so platt, neben Duschen und Toiletten eben auch Ladesäulen braucht. Absolut. Und wir haben ja schon drei Standorte eröffnet mit E-Ladesäulen für Lkw. Da sind wir ja führend am Markt. Und wir eröffnen jetzt 16 weitere Flächen tatsächlich bis Q2 2025. Also das ist super, super spannend. Wir gehen in den Markt. Wo nehmt ihr denn das Geld her? Ja, das ist dann immer die Frage. Also natürlich sind wir Risikokapital finanziert. Und wir haben ein bisschen eigenes Geld, was wir natürlich jetzt schon investiert haben. Aber wir haben auch eine tolle Kooperation gemacht mit einem Partner, der dann auch mit uns gemeinsam hier in das Invest geht und mit dem wir dann den Markt bestreiten. Am Ende des Tages, was wir extrem gut können, sind Flächen akquirieren. Das machen wir ja schon so lange, dass die Flächenbesitzer ja auch auf uns selber zukommen. Und das heißt, wir haben, was alle wollen, Flächen direkt an der Autobahn. Und sie jetzt zu elektrifizieren, ist zwar ein bisschen ein Invest, aber das müssen wir einfach machen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Und deshalb machen wir das einfach. Wir sehen uns in der Verantwortung, auch mit den Flächen in die Zukunft zu gehen. Weil sonst, also fehlt mir da irgendwas. Finde ich sehr, sehr spannend, dass ihr auch selber diese Flächen mitentwickelt. Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen Anti-Lehrbuch. Also im Lehrbuch würde man sagen, da ist ein Markt, den rolle ich irgendwie auf und digitalisiere den und fresse irgendjemanden und so. Aber ihr sagt, und das hast du ja am Anfang, finde ich, auch sehr deutlich gemacht, ihr wollt nicht den bestehenden Markt sozusagen nehmen, sondern ihr wollt einen neuen Markt schaffen. Das macht natürlich am Anfang mehr Arbeit, aber du hast es gesagt, nach elf Jahren. Ja. Ihr seid noch da und offensichtlich geht es euch gut. Absolut. Und mein Markt ist immer da, wo mein Kunde sagt, da ist Bedarf. Ich reagiere auf Kundenanfragen und dann entwickle ich das. Und vor drei Jahren, als ich bei einem, das war so ein Online-Vortrag von irgendeinem Daimler-Vorstand, der hat gesagt, wir machen nur noch E-LKWs. Und da habe ich dann zu meinem Geldgeber gesagt, ich brauche so viel Geld, wie es geht. Wir machen jetzt Ladeinfrastruktur. Ich habe keine Ahnung von Elektrizität. Ich habe auch keine Ahnung von diesem Markt, aber wir machen das und ich stelle jetzt Leute ein, Elektriker, Elektroingenieure, Tiefbauer. Wir lernen jetzt ganz schnell, wie der Markt funktioniert und dann machen wir das einfach. Und das haben wir ja sehr schnell gelernt, sodass wir also jetzt auf dem Markt schon sind und natürlich Kunden haben wie BMW, die uns gesagt haben in Eching, wir brauchen da eine Fläche und deren Lieferanten dort laden zu lassen. Jetzt kommen nach und nach immer weitere Spediteure, die da auch laden wollen. Also so spricht sich das rum. Und dann kommen andere Kunden, die die gleiche Anfrage haben und sagen, ach, ich brauche eine Fläche in Ingolstadt, ich brauche eine Fläche hier oder da. Ja gut, dann finden wir die und dann wird sie elektrifiziert. Und weil du sagtest, wir machen was, was nicht im Lehrbuch steht, so denke ich halt immer. Ich habe das studiert, ich weiß, wie das funktioniert. Und was da im Lehrbuch steht, weiß ich auch. Aber trotzdem mache ich das anders. Und das als Frau auch mehr nach Gefühl. Ich habe zum Beispiel nur Mitarbeiter, die über 50 sind. Also ich bin unter 50, aber meine Mitarbeiter sind alle Ü50, weil ich mir nämlich nicht leisten kann als junges Unternehmen, dass die noch Großkarriere machen irgendwo und mein ganzes Wissen mitnehmen. Und ich brauche ja die Erfahrung, die die alle mitbringen. Deshalb ist das für mich eine ganz klare Erfolgsstrategie für meinen Marktfortkommen, dass ich nur auf Leute setze, die schon 30 Jahre lang irgendwo gearbeitet haben und denen ich nicht noch erklären muss, wie sie arbeiten müssen. Und du sitzt in Dessau, das ist auch relativ ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Natürlich, der Osten hat ein Wahnsinnsfundus aus Fachkräften, die auch in der Ü50-Kategorie sind und die super gerne natürlich ihr ganzes Wissen bereitstellen. Ich habe gestern erst wieder einen Elektroingenieur eingestellt, der ist 61. Ich habe gesagt, ich will alles wissen, was du weißt. Ja, trainiere meine Leute und sag denen, was sie wissen müssen und bring denen das bei, bevor du in Rente gehst. Musst du nur aufpassen, dass das nicht bald im Lehrbuch steht, Ü50 Leute einzustellen. Denise Schuster sagt das hier im Brandeins-Podcast und es geht gleich noch ein bisschen weiter. Denise, deine Geschichte ist ja auch, finde ich, persönlich sehr spannend. Ich habe Dessau schon angesprochen, da kommst du auch ursprünglich her. Du bist alleinerziehende Mutter, deine Firma sitzt dort in Dessau und du hast vorher eben, das habe ich auch schon angesprochen, nicht nur nichts mit Logistik zu tun gehabt, sondern eben ja auch nichts mit Speditionen und so. Und auch viele der Mitarbeitenden, hast du ja gerade selber gesagt, Elektroingenieur und so, die sind jetzt gar keine Logistiker. Ist es gut, keinen Stallgeruch zu haben? Das ist sehr gut, weil jeder einfach dann ohne Barrieren im Kopf das Problem ganz pragmatisch angeht. Ich bin ein sehr guter Visionär und ich bin ein exzellenter Verkäufer. Aber ich sage mal, wenn es ums Umsetzen geht, da brauche ich halt die Leute, die das irgendwie hinbekommen. Und wenn ich sage, ich möchte morgen hier an dem Standort eine Mittelspannungsleitung haben und Schnelllader haben, dann kann ich das, ich sage mal, mit meinem Marketing- und Vertriebsthema schon irgendwie vertickern, aber es muss dann am Ende funktionieren. Und meine Mitarbeiter, den Teil, den ich da habe, jetzt für den Elektrobereich, das sind natürlich absolute Fachexperten. Auch wenn die noch nicht so lange Ladesäulen installiert haben, weil der Markt ja noch jung ist. Aber haben sie natürlich Ahnung von Elektrotechnik oder mein Tiefbauer natürlich, ja? Der hatte 30 Jahre nichts anderes gemacht als Tiefbau. Auf der anderen Seite habe ich ganz viele Praktiker, Monteure oder Leute, die im Callcenter gearbeitet haben oder einfach Sachbearbeiter waren. Irgendwo Ex-Arbeitskollegen meines Papas habe ich alle akquiriert und meinen kompletten Freundeskreis von der Schule. Also zwei meiner besten Freunde arbeiten mit mir zusammen. Großartig. Und das klappt? Das ist ja immer so ein Klischee, dass das nicht geht. Ach, klappt alles. Wunderbar. Der eine war Koch, ja? Und der andere war im Callcenter. Und mein Koch, das ist derjenige, der jetzt mit mir die geilsten Projekte wuppt, ja? Er hat gesagt, ob ich nun 200 Leute in der Küche anleite oder ob ich jetzt hier Projektmanagement mache, ist am Ende das Gleiche. Und das ist einfach dieses Pragmatische, was jeder hat, diese Problemlösungskompetenz. Und das bringst du mit, wenn du schon so viele Jahre gearbeitet hast. Da ist völlig egal, was du vorher gemacht hast. Und die Quereinsteiger sind sogar noch besser. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat K3D-Zeichner gelernt. Und der hat nie in diesem Beruf gearbeitet. Dann war der 30 Jahre bei der Bahn und hat dort Sicherheit gemacht, um dort irgendwelche Baustellen zu bewachen. Und dann hat er nicht mehr gekonnt mit dem Rücken. Und jetzt habe ich dann den Anruf bekommen von der Weiterbildungsakademie, die gesagt hat, Mensch, Frau Schuster, der hat mal K3D-Zeichner gelernt. Brauchen Sie den? Ich dachte, na ja, kann ja mal gucken. Der ist jetzt mein Top-Aquisiteur, kann man sich nicht vorstellen. Und natürlich zeichnet der. Wie bekloppt alle meine Pläne, die ich brauche, für die Elektroladesäulen, für die Parkplätze. Also Wahnsinn, wie schnell der drin war wieder. Und er hat diese Chance gesehen. Also ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich diesen Mitarbeiter in seiner Story da sehe, was der jetzt hier gemacht hat bei uns. Unglaublich. Klingt ja wirklich beeindruckend. Und ich muss sagen, es klingt auch so, als ob du eine gute Trainerin wärst, um mal so in so einem Bild zu bleiben. Also du siehst die Talente. Ja, also es ist bei uns so ein bisschen wie eine Familie tatsächlich. Ich verbringe ja sehr viel Zeit mit den Mitarbeitern. Und jeder kennt jeden so ein bisschen. Und wenn ich natürlich jemanden haben möchte, dann kriege ich den in der Regel auch. Also ich habe zwei Lkw-Fahrer. Den einen, an dem habe ich fünf Jahre rumgebaggert. Und habe gesagt, du musst bei mir arbeiten, ja. Und dann hat er gesagt, nee, noch macht es Spaß. Und irgendwann kam der Punkt, wo er gesagt hat, es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ich hasse jetzt die Langstrecke. Ich finde hier gar nichts. Mir geht es so schlecht. Ich komme jetzt doch zu dir. Und den gleichen habe ich nochmal in England, der auch eine eigene Spedition sogar hatte, der gesagt hat, meine Frau hat Krebs. Und ich bin nicht zu Hause. Ich muss zu Hause sein und ihr helfen. Aber ich will trotzdem was in diesem Bereich machen. Und er ist ein wahnsinnig toller Mitarbeiter. Also jeder hat seine Story. Und die bringt er bei mir ein. Die Hälfte meiner Mitarbeiter hat Rücken oder sonst irgendwas, weil sie 30 Jahre auf dem Bau waren oder irgendwo. Und jetzt sage ich, du akquirierst Flächen. Oder mach die Technik. Oder kümmere dich um die Flächenautomatisierung. Und die arbeiten sich da rein und sind dankbar für diese Möglichkeit. Also es ist eine ganz tolle Familie, die ich hier habe. Ja, großartiges Arbeiten ist das. Wenn man dir so zuhört, dann hört man, finde ich, auch die Begeisterung raus, die du da mit reinwirfst. Hättest du persönlich gedacht, dass du nach der Geschäftsführung einer Werbeagentur und dann tiefem Eintauchen in die Existenzgründung, Jahre später Podcast-Interviews zu Parkplatz-Apps für LKWs machst? Nee, im Leben nicht. Aber das Unternehmergehen hatte ich schon. Nein, also das wollte ich immer. Ich wollte immer irgendwas selbst verwirklichen, aber nicht irgendeinen Scheißdreck wie so ein Tamagotchi oder so, was jetzt keinen Wert hat. Ich wollte einen Fußabdruck am Markt hinterlassen und wollte irgendein richtiges Problem lösen. Und das Problem ist irgendwie zu mir gekommen. Das habe ich mir nicht ausgesucht, aber das Unternehmersein habe ich mir schon ausgesucht. Gab es da so einen Moment, wo du das gemerkt hast, dass du Dinge unternehmen willst? Oder ist das auch so zu dir gekommen? Ich glaube, ich war schon immer eine ganz miserable Angestellte. Ich war einfach so aufmüpfig. Und ich habe ja früher auch während meines Studiums in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, in einer ganz schrecklichen Tapetenfirma, in einer Werbeagentur tatsächlich und dann auch nochmal bei einem Technologieunternehmen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, der Chef drückt von oben, das wird nach unten weitergeleitet, die kriegen das ab. Und dann hast du immer diese Position, du wirst nie Chef von einem Konzern werden. Mein Gott, du musst dein eigenes Unternehmen gründen. Das war immer so drin, weil ich gedacht habe, ich bin so oft nicht einverstanden mit dem, was die Chefs hier sagen. Und ich pralle irgendwie so mit meinem Ganzen nach vorne da so ein bisschen an. Und ich bin ein schlechter Arbeitnehmer. Da blieb mir auch nichts anderes übrig. Und meine Mama, die ist Beamtin, die hat gesagt, Mensch, kannst du doch zu mir ins Arbeitsamt kommen und so. Das ist doch, ich sage nie im Leben, Mutti. Stell dir das mal vor, das geht gar nicht. Denise Schuster im Detektor FM-Studio für den Brand 1 Podcast. Ich danke für das Gespräch, für die sehr, sehr lebendigen Schilderungen und dass du keine Angestellte geblieben bist. Dankeschön. Und wenn euch unser gemeinsamer Podcast hier gefällt, dann folgt uns doch gern dort, wo ihr eure Podcasts hört, auf Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify oder auch bei YouTube Music. Und wir freuen uns insbesondere natürlich auch über jede Hörerin und jeden Hörer mit einer originären Podcast-App, wie zum Beispiel Castro, Overcast oder auch Podcast Addict. Fünf Sterne als Bewertung sind natürlich immer gern gesehen, denn das zeigt anderen Leuten, dass es sich lohnt, unseren Podcast hier zu hören und diese Geschichten auch zu hören. Und die absolute Krönung sind natürlich persönliche Empfehlungen. Wenn es also jemanden gibt, der oder die sich für unseren Podcast hier begeistern könnte, dann empfehlt doch gern unseren Podcast. Vielleicht ja gerade auch für lange Auto- oder Lkw-Fahrten. Irgendwie eine schöne Vorstellung finde ich, dass genau diese Episode hier auf dem Weg zum Lkw-Schlafplatz gehört wird. Ich bin kommenden Freitag wieder für euch da. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wenn ihr unterwegs seid, gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Der Brandeins-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brandeins-Magazin. Moderation Christian Bollert. Moderation Christian Bollert. Vielen Dank.